Wenn man seit 20 Jahren die schlechteste Bilanz hat, die 12 Jahre die schlechteste Punktebilanz, wird natürlich der Trainer immer in Frage gestellt. Ist das bei euch auch der Fall? Thomas Tuchel ist natürlich jetzt ein Trainer auf dem Markt, der wie ein Damoklesschwert über Nagelsmann hängt. Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit irgendwelchen anderen Personalien oder mit irgendwelchen anderen Trainern, sondern wir sind von Julian total überzeugt. Und ich habe es auch gesagt, wir haben jetzt eine Möglichkeit, mal 14 Tage in die Analyse zu gehen, uns mal kritisch auch miteinander auseinanderzusetzen, viele Gespräche zu führen und dann eben wieder gestärkt den nächsten Saisonabschnitt anzugehen. Es geht jetzt nicht hier um Durchhalteparolen, um Gottes Willen, aber wir stehen ja immer noch relativ, Gott sei Dank, relativ am Anfang der Saison und wir sind jederzeit fähig und wir haben jederzeit die Stärke, wieder ganz nach vorne zu kommen, da wo wir hingehören, nämlich an die Tabellenspitze. Oliver, danke.